Hallo zusammen, heute zeige ich euch, wie man Lachsfilet im OptiGrill Plus XL macht. Und das Ganze mache ich mit einem leckeren hessischen Gericht, und zwar mit KriSoß. Und das Rezept ist aus dem Buch Optimal Regional Grillen. Das gibt es ja jetzt ganz neu, vom Heel Verlag, und da sind leckere Rezepte drin. Und zwar zu jedem Bundesland ein paar leckere, passende Gerichte. Und ich darf die hessischen Gerichte euch zeigen. Und das erste hessische Gericht ist Lachsfilet mit Frankfurter KriSoß, also wirklich was typisch hessisches grüne Soß. Und wer sich heute über meine Stimme ein bisschen wundert, wir Frankfurter hatten gestern was zu feiern, da wir ins Euroleague-Finale eingezogen sind. Und ich war im Stadion mit dabei, und meine Stimme hat ein bisschen drunter gelitten, ganz kleines bisschen. So, jetzt machen wir die Frankfurter KriSoß. Ihr braucht dazu als erstes 750 Gramm Dickmilch. Ihr müsst mal schauen, das findet ihr in der Milchwarenabteilung. Ich glaube, das ist eine Zutat, die ich bisher nur für die KriSoß verwendet habe. Dann nimmt man frischen Sauerrahmen, auch nochmal 750 Gramm. Dann 100 Milliliter Milch. 1 Teelöffel weißen Pfeffer gemahlen. 1 Teelöffel Salz. Dann noch 1 Teelöffel Zucker. 3 Esslöffel Senf. 3 Esslöffel Öl. Ich habe hier Olivenöl genommen. Und 1 Esslöffel Weißweinessig. Das ist auch schon alles, das Ganze muss jetzt vermischt werden. Und dann kommen natürlich die 7 Kräuter dazu. Boretsch, Kresse, Pimpinelle, Schnittlauch, Sauerampfer, Kerbel, Petersilie. Von jedem davon 50 Gramm. Ihr müsst das Ganze natürlich vorher waschen. Und dann klein hacken. Und dann gebt ihr die Soße einfach zu den gehackten Kräutern dazu. Und dann muss das Ganze nur noch vermischt werden. Und dann sieht das schon folgendermaßen aus. Es hat jetzt schon diese typische grüne Farbe. Je mehr Kräuter ihr reinmacht, desto mehr wird das auch grün. Wichtig ist, dass die Kräuter schön fein gehackt sind. Damit das diese grüne Farbe bekommt. Jetzt kommen noch die Eier rein. 10 Stück gehören hier rein. Ihr seht, ich habe nur 9 gehabt. Eins hat mir gefehlt. Ist jetzt auch nicht so dramatisch. Die Eier werden jetzt klein gehackt. Einfach in Würfel. Und werden dann in die Soße untergemengt. Also ihr seht schon mal, das ist auf jeden Fall ein Gericht, was auch gut für Fitness passt. Also ihr habt da viel Eiweiß drin. Ist eine gesunde Nummer auf jeden Fall. Und natürlich schmeckt es auch mega gut. Also wirklich eins meiner Lieblingsgerichte. So, dann ab mit den gewürfelten Eiern in die Soße. Und dann muss das Ganze nur noch untergerührt werden. Und sieht dann folgendermaßen aus. Jetzt noch kurz der Geschmackstest. Ob man nochmal nachwürzen muss. Das schmeckt schon richtig gut. Das passt so. Also da muss ich nicht nochmal nachwürzen. So, jetzt kommen wir zum Lachsfilet. Ich habe hier 3 Lachsfilets. Die pinsel ich vorher ein mit Pflanzenöl. Einfach mit einem Bratöl. Das hoch erhitzbar ist. Mache ich von beiden Seiten. Und hier seht ihr jetzt den OptiGrill Plus XL. Den kennt ihr ja schon mit den neuen Grillprogrammen. Die jeweils auf den Punkt grillen. Und wir nehmen hier natürlich das Fischprogramm. Der OptiGrill ist auch schon am Vorheizen. Wie ihr hier am lilanen Blinken seht. Den OptiGrill Plus XL kriegt ihr übrigens gerade in der Aktion. Auf der Tefalseite 20% günstiger. Wenn ihr den Code OPTI20 eingebt. OPTI groß geschrieben. Und dann werden 20% an der Kasse abgezogen. Der Code gilt natürlich auch für alle anderen OptiGrills auf der Tefalseite. Ich verlinke euch das Ganze unten mal direkt im Video. Und könnt ihr mal reinschauen, ob ihr einen guten Schnapper macht. Was auch noch interessant ist. Das Rezeptbuch Optimal Regional Grillen bekommt ihr auch dazu, wenn ihr den OptiGrill dort bestellt. Der Aktionszeitraum für diesen Rabatt ist der komplette Mai. Der OptiGrill Plus XL brutzelt jetzt die Lachsfilets. Und der Vorteil ist natürlich auch, die Grillplatten sind hier nach vorne geneigt. Das heißt, überschüssige Flüssigkeit und Fett fließen ab. Somit könnt ihr im OptiGrill ein bisschen fettärmer grillen. Das Ganze ist hier schön am brutzeln. Und wir schauen jetzt mal zwischendrin schon mal rein. Ich glasiere das ganz gerne. Und zwar habe ich einfach eine Fischgewürzmischung genommen, die mit Olivenöl gemischt und pinsel damit jetzt den Lachs ein. Ich habe dieses Glasieren so ungefähr zur Stufe Anfang Mitte Grün gemacht. Denn ich will das Ganze dann bis zur Stufe Ende Gelb laufen lassen. Also dieses Glasieren ist auf jeden Fall optional. Müsst ihr nicht unbedingt machen. Und könnt ihr auch ganz beliebig mit den Kräutern eurer Wahl machen. Also ich hatte jetzt einfach eine fertige Fischgewürzmischung. OptiGrill zuklappen. Der macht dann auch automatisch weiter. Und bei der Stufe Gelb mache ich dann wieder auf, wenn er piepst. Und dann sieht das folgendermaßen aus. Durch das Glasieren haben wir jetzt natürlich nicht diese typischen Grillstreifen, die ihr sonst vom OptiGrill kennt. Und es sieht eher ein bisschen durchgehender von der Farbe so aus. Ich finde aber, es sieht schon gut gelungen aus. Wichtig bei Lachsfilet ist, dass ihr da jetzt nicht nur eins drauf legt. Wenn ihr beim OptiGrill XL nur eins drauf legt, dann könnte es schon relativ platt gedrückt werden, da das Lachsfilet natürlich etwas weicher ist. Also wirklich da in dem Fall lieber zwei oder drei. Man kriegt vielleicht auch vier drauf. Wenn man so längst legt, noch ein bisschen mehr. Jetzt serviere ich das Ganze mit der Kri-Soße und Kartoffeln, die ich gekocht habe. Und das sieht doch richtig lecker aus. Und diese Kombination passt echt sehr gut. Lachsfilet mit Kri-Soße habe ich eigentlich noch nie zusammen gegessen. Wie ist es bei euch? Was esst ihr sonst zu der grünen Soße? Also wir haben das eigentlich immer einfach nur mit Kartoffeln und Ei gegessen. Jetzt zeige ich euch natürlich noch den Anschnitt, damit ihr seht, wie das Ganze vom Inneren aussieht, vom Lachs. Das ist auf jeden Fall saftig geworden. Ihr könnt sehen, der Gargrad ist auf jeden Fall durch. Und das Ganze ist aber auf jeden Fall mega saftig. Also von der Kerntemperatur sind wir hier ungefähr bei 60, 63 Grad. So die Richtung. Das heißt, wer das Ganze eher glasig will, der muss dann noch früher das rausnehmen. Aber letztlich ist es auch genau so in der Opti-Grill-App und der Anleitung beschrieben, dass man Lachsfilet bei Stufe Gelb rausnimmt. Und ich finde, das Ergebnis kann sich auf jeden Fall sehen lassen und schmeckt super. Also wir essen unseren Lachs immer so. Und kann ich sehr empfehlen, dass ihr es mal so nachmacht. Dann macht das auf jeden Fall nach. Kann ich euch, wie gesagt, sehr empfehlen. Und ich wünsche euch dabei einen guten Appetit. Macht's gut, euer Opti-Griller Benni. Und ich wünsche euch dabei einen guten Appetit.